Moin moin und hallo Leute, ich bin's wieder, FreshG, mit dem Jump Top COD Shot vom 12. Januar. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Deswegen haben wir Waui heute für euch, der sich Waui den ersten schnappt. Bam, noch ein Double Headshot hinterher und Schamalamasammer hier noch ein Noscope hinterher. Einfach mal random über die Map hier geschossen. Und ja, da hat er sich hier den Quadfeet reingenascht. Und ich finde, das war ein guter Clip. Wenn ihr das auch so seht, gebt dem Video bitte einen Like. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao Leute.